Schönen guten Nachmittag, mein Name ist Clemens Fellner und ich werde heute reden über wie zählt man Fettsäuren. Mathematik ist die Sprache, die die Welt mit Zahlen unterlegbar macht. Mathematik ist die Sprache der Quantifizierung. Mathematik ist nicht etwas, was mit den alten Griechen oder mit Newton aufgehört hat. Das ist ein dynamisches Gebiet und eigentlich, wenn man ehrlich sein sollte, dann ist Mathematik die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, weil quasi alle Wissenschaften Mathematik brauchen, um sie quantifizierbar, durch Zahlen belegbar zu machen. Ein Beispiel wären so Dinge wie die Tragkraft einer Brücke. Da will man wissen, was ist die maximale Belastung, die ich zulassen kann? Oder wie viel trägt ein neu konstruiertes Flugzeug? Aber wie schaut das beim Menschen aus? Beim Menschen gibt es ja viele Dinge, die sicher nicht gut durch Zahlen belegbar sind. Die ganzen emotionalen Aspekte vor Menschen. Und doch, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe heutzutage und eine Untersuchung mache, will der vielleicht ein Blutbild sehen und aus dem Blutbild, aus den Werten, die im Blutbild gemessen wurden, einen Rückschluss auf den Gesundheitszustand zu geben. In der Zukunft wird es vielleicht noch viel weiter gehen. Da gibt es vielleicht dann so etwas wie eine personalisierte Medizin, wo persönlich für einen diese Zahlen viel konkreter interpretierbar sind. Alles das braucht Mathematik. Ein Teil von diesem Aspekt ist der Fettstoffwechsel. Der Fettstoffwechsel ist absolut lebensnotwendig. Und dadurch, dass er so lebensnotwendig ist, ist er auch assoziiert mit vielen Krankheiten und auch Todesursachen. Herzinfarkte, Diabetes. Also ein ganz zentrales Element des Lebens. Und das menschliche Leben ist ja unglaublich reichhaltig. Man braucht sich ja nur vorstellen, dass pro Sekunde in einem menschlichen Körper 3,8 Millionen neue Zellen kreiert werden. Und jede dieser Zelle braucht eine umschließende Membran, damit das, was in der Zelle drinnen ist, geschützt wird. Und die Membran besteht aus einer Lipid-Doppelschicht. Und die Fettsäuren sind eine ganz wesentliche Währung von diesem Fettstoffwechsel, um das sicherzustellen, dass alle neue Zellen richtig gebildet werden. Aber wie zähle ich noch so Fettzahlen? Ich kann ja unmöglich Milliarden von individuellen Zählen nachvollziehen. Das kann ich auch mit dem besten Supercomputer nicht. Also ich brauche irgendein generelles Konzept, wie ich solche Zahlen kontrollierbar mache. Und da sind wir beim ersten Konzept dieses Vortrags. Ein Konzept, das ganz stark in der angewandten Mathematik herkommt, das Konzept einer Beschreibung durch eine dichte Funktion. Also ich zähle keine Zellen, sondern ich habe eine Funktion, die man so ungefähr ausdrückt, so und so viele Individuen pro einen gewissen Volumen will ich betrachten. In der Zellbiologie wäre eine typische Einheit für eine dichte Nanomol pro Mikroliter. Nanomol ist in der Größenordnung 10 hoch 14, Mikroliter sind 10 hoch minus 6 Liter. Also wir sehen, wir haben dann ganz interessante Zahlen, die wir schon klären müssen. Und trotzdem geht das gut. Wenn ich jedoch diesem Konzept einer dichte Funktion folge, dann habe ich sofort die anschließende Frage, wie schaut dann ein Bildungsgesetz für diese dichte Funktionen aus? Wie ändern sich diese in der Zeit? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns genau überlegen, was wollen wir uns eigentlich genau anschauen? Was wollen wir verstehen? Was wollen wir beschreiben? Und Organismen speichern Fettsäuren in der Form von sogenannten Triglyceriden und diese Triglyceride sammeln sich als großer Fetttropfen in speziellen Zellen, in so Lipidtropfen. Ein Triglycerid heißt Triglycerid, weil es zu einem Stück Glycerin, das ist das, was da hier drinnen steht, drei Fettsäuren dran klebt. Biochemisch ist das nicht ganz genau, weil es eigentlich Asylgruppen sind, aber für unseren Vortrag sind das die Fettsäuren. Also Triglyceride bestehen aus drei Fettsäuren und einem Glycerin, das zusammenhält. Sollten nur zwei Fettsäuren an das Glycerin angehängt sein, spricht man vor ein Diglycerid. Sollte nur noch eine Fettsäure angehängt sein, vor ein Monoglycerid. Wenn jetzt der Körper Fett freigeben muss, das ist die sogenannte Lipolyse, die das beschreibt, dann gibt es eine Kaskade, wo zuerst die Triglyceride eine Fettsäure abgeben und ein Diglycerid übrig bleibt. Dieses Diglycerid gibt noch eine Fettsäure ab und es bleibt ein Monoglycerid übrig. Und dieses Monoglycerid gibt seine letzte Fettsäure ab und es bleibt das Glycerin sozusagen als Rest übrig. Fettsäuren und Glycerin, alle diese Stoffe gehen ins Blut und stehen dann dem Körper zur Verfügung. Dieser Prozess selber ist ein ganz zentraler Prozess und wird beschrieben durch Enzyme. Enzyme sind die Magie des Lebens. Ohne Enzyme könnte kein Lebewesen funktionieren, weil Enzyme etwas ermöglichen, ohne sich selbst dabei zu verbrauchen. Das erste Reaktionsschritt hier macht im Wesentlichen ein Enzym, das nennen sie ATGL, dann gibt es ein zweites Enzym, das nennen sie HSL und ein drittes NGL. Es gibt viele, viele Enzyme im Körper, die aktiv sind und die ganz zentrale Elementen des Lebens per Sehsinn. Wie die Zyme dies katalysieren, kann man dann wieder versuchen zu beschreiben. Und da sind wir jetzt ungefähr 100 Jahre in der Vergangenheit bei einer sogenannten Michaelis-Menten-Kinetik. Die geht zurück auf einen Leonor Michaelis und einer Mod-Mentum 1913. Und die waren die ersten, die sozusagen sauber hergeleitet haben, wie sich Reaktionen verhalten, die durch Enzyme katalysiert werden. Victor Henry hat das schon vorher auch verstanden, aber das war sozusagen namensgebeln, waren dann Michaelis und Menten dafür. Was man hier sieht, ist die zeitliche Änderung vor einem Zustand und das ist die Dichte der Triglyceride. Und hier die entsprechende Funktion, die die zeitliche Änderung beschreibt. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist ein mathematisches Modell, das sich über 100 Jahren in der Biologie unglaublich bewährt hat. Mathematisch ist es eine sogenannte Differenzialgleichung, weil sie zeitliche Änderung mit der Größe eines Zustands verknüpft. Differenzialgleichungen sind heutzutage nicht mehr Thema in einer Schule, sondern auf der Universität. Früher war das auch noch teilweise in der Schule vorhanden. Und Differenzialgleichungen sind mit das wichtigste mathematische Werkzeug, um die Realität, um das tägliche Leben, um die Technik, um die Zukunftsthemen zu beschreiben. Was sagt jetzt konkret Michaelis-Menten, also die Michaelis-Menten-Kinetik, für enzymkatalysierte Reaktionen voraus? Wenn man sich diese Funktionsverschrift anschaut, dann ist es eine Konstante mal der Dichtefunktion, dividiert durch eine andere Konstante plus der Dichtefunktion. Die Funktion hat ungefähr so einen Verlauf, wie hier skizziert. Sollte die Dichte einen sehr großen Wert haben, dann kann man diesen Wert hier im Wesentlichen vergessen. Dann kürzt sich die Dichtefunktion durch und es bleibt, dass die Geschwindigkeit im Wesentlichen eine Konstante ist. Biochemisch stellt man sich jetzt vor, dass da das Enzym limitierend ist. Das bedeutet, alle Enzyme, die mir zur Verfügung stehen, sind in Verwendung und ob ich jetzt mehr Substrat habe, also mehr Dinge, die das Enzym abarbeiten soll, spielt keine Rolle, weil jedes einzige Enzymmolekulier ständig aktiv ist, die Reaktion zu machen und dann wieder seine nächste und dann wieder seine nächste und wieder seine nächste. In diesem Bereich ist die Funktion im Wesentlichen linear. Da ist die Dichtefunktion hat einen kleinen Wert. Das heißt, ich kann eigentlich diesen Term im Vergleich zu der Konstante vernachlässigen und habe dann einfach nur eine lineare Funktion wie hier. Da ist das Substrat limitierend. Da habe ich viele Enzymmoleküle, die eigentlich nichts zu tun haben und würde ich ihnen was zu tun geben, würde ich mehr Produkt kriegen. Das ist so einfach interpretierbar und so intuitiv, dass in der Biochemie ständig verwendet wurde, aber die Herleitung von dieser Kinetik gilt leider nicht für Lipidtropfen, also genau für die Situation, die wir betrachten wollen. Und da sind wir jetzt bei der Mathematik der Gegenwart. Im Wesentlichen, was ich jetzt erzähle, ist intern sozusagen schon etabliert, aber noch nicht einmal wirklich veröffentlicht in Fachzeitschriften und es geht um eine Idee, wie man enzymkatalysierte Reaktionen auf der Oberfläche von so Lipidtropfen beschreiben kann. Ich habe hier eine kurze Skizze gemacht, also Lipidtropfen habe ich hier quasi als Kugel gezeichnet, eigentlich nur als den Querschnitt einer Kugel und es ist bekannt, dass das Enzym, zum Beispiel das ATGL, das vermutlich das wichtigste Enzym in dieser Kaskade ist, nur auf der Oberfläche von diesen Lipidtropfen existiert. In der Welt zwischen Fett, was innen ist, und Wasser, was außen ist. Fett und Wasser mischen sich ja nicht. Das heißt, ich brauche da Oberflächenschicht aus sogenannten Phospholipiden, die mir die Verknüpfung zwischen Wasser und Fett überhaupt ermöglichen. Und das dritte Konzept von dieser Vorlesung ist, die Mathematik als eine Methode, die herleiten kann, wie ich jetzt auf so Oberflächenenzyme arbeiten lassen kann. Das ist jetzt zu detailreich, um das in dieser Zeit vorzustellen. Ich will stattdessen nur ein einziges Bild sozusagen zeigen, das tatsächlich aus der aktuellen Forschungsarbeit kommt. Da sieht man auch, dass zum Beispiel hier der österreichische Forschungsfonds als Sponsor aufgetreten ist. Alle diese Punkte, die man hier sieht, diese Sterntel da, das sind tatsächliche Messdaten von biochemischen Experimenten. Und das Modell versucht, die möglichst genau nachvollziehbar zu machen. Das Modell besteht aus einer Reihe von Gleichungen. Und alles, was ich sagen will, ist, dieser Anteil hier, ohne den jetzt genauer zu interpretieren, der ermöglicht sozusagen eine Interpretation, dass hier ein Enzym nur auf der Oberfläche von diesen Libidtröpfchen arbeiten. Und das ist etwas, was so vorher noch nie in der Literatur und in der Wissenschaft ausformuliert wurde. Das finde ich persönlich als eine super spannende Sache, wenn man der Erste ist, der etwas Neues schafft. Es führt uns aber auch zum vierten Konzept in dieser Vorlesung, die sogenannten inversen Methoden, weil das Modell, das man hier sieht, es versucht, diese Messdaten nachvollziehbar zu machen. Mit diesem Modell kann ich dann auch Parameter, also das sind Kennzahlen der Reaktionen, die beteiligt sind, Parameter kann ich daraus identifizieren. In der Mathematik heißt es eine sogenannte Inverse-Methode. Und das ist eine lustige Sache dahingehend, dass Inverse-Methode sind eigentlich das Lösen von Problemen, die im traditionellen Sinn keine Lösung haben. Das heißt, man muss seinen Lösungsbegriff irgendwie erweitern, anpassen an dem Problem und auf diese Art und Weise kriege ich dann eine Bestimmung von Kennzahlen für biochemische Parameter, für biochemische Reaktionen, die ich so aus Experimenten einfach nicht ablesen könnte. Also in der mathematischen Modellierung gelingt es, ein mathematisches Modell und biochemische Experimente zu verknüpfen, um daraus sozusagen eine Summeninformation in der Form von Kennzahlen von Reaktionen herzuleiten. Diese inversen Methoden sind unglaublich wichtig und werden ständig verwendet. Jedes Mal, wenn man im Krankenhaus ein CT-Bild oder ein R-Bild sozusagen hat, dann muss dort zuerst die Messdaten übersetzt werden in ein Bild, das dann interpretierbar ist für einen Arzt. Das geht mit inversen Methoden. Und das Abschlitze-Konzept, das ich diskutieren will, ist die Rückmeldung dann an die Biochemie. Mit diesen Parametern gelingt es uns jetzt Fragen zu beahnden, die sozusagen direkt experimentell nicht zugänglich sind. Ich habe ein Beispiel hier genannt. ATGL, diese Lipase, von der vermutet wird, dass es der Schlüssel ist für diesen Prozess der Lipolyse, hat erstaunlicherweise mehrere Funktionen. Das ist für Enzyme gar nicht so oft. Enzyme sind oft sehr spezifisch, was sie tun sollen. Wir haben schon kennengelernt, dass ATGL eine Fettsäure von Triglyceriden abspaltet und dann halt ein Diglycerid übrig lässt. ATGL kann aber auch von den Diglyceriden noch eine Fettsäure abspalten und dann Monoglyceride machen. Aber, wenn ATGL jetzt zwei Diglyceride hernimmt, dann schafft sie es, eine Fettsäure von einem Diglycerid auf das andere hinüber zu schmeißen. Also ein Diglycerid wird dann wieder ein volles Triglycerid mit drei Fettsäuren, während das andere Diglycerid eine Fettsäure verliert und zum Monoglycerid wird. Das ist in einem gewissen Sinn eigentlich genau das Umgekehrte, was ATGL macht. Das ist irgendwie ein halber Rückwärtsprozess. Zuerst mache ich aus Triglyceriden Diglyceride und dann mache ich zumindest aus zwei Diglyceriden wieder ein Triglycerid. Das ist so 50% Feedback, wenn das wirklich funktioniert. Beide Funktionen von ATGL, die hier oder alle drei eigentlich diskizziert sind, lassen sie experimentell überhaupt nicht trennen. Also ich kann experimentell nicht unterscheiden, wie groß der Anteil von der einen und der anderen ist. Dafür brauche ich eben diese Methoden. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Frage zu beantworten, ist diese Zusatzfunktion von ATGL, gerade diese eine Funktion hier, ist einfach ein zufälliges Nebenprodukt? Hat sich das Enzym ATGL in der Evolution einfach so entwickelt, dass es das zufälligerweise auch kann und ist vielleicht nicht weiter relevant für die Realität des Lebens? Oder hat sich das evolutionär gezielt in die Richtung entwickelt? Will ATGL diese unvollständige Feedback-Funktion dabei haben und hat das irgendwo physiologische Bedeutung? Und das ist die Frage, die wir vielleicht in den nächsten Jahren beantworten können. Das war die Geschichte, wie man Fettsäuren zählt. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es inspiriert, weitere Fragen zu stellen. Die Fragen, die würde ich gerne jetzt beantworten. Bitte so viele wie möglich und sonst einfach einmal vorbeischauen auf der Uni. Wir machen viele spannende Dinge.